Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video aus meiner Reihe Fotografie mit dem Smartphone und heute geht es um den goldenen Schnitt und obwohl ich dir dieses Beispiel der goldenen Schnitt nämlich anhand der gratis App Kameram X zeige kannst du natürlich die Infos die hier drinnen vorkommen in diesem Video auch mit anderen Apps natürlich umsetzen aber wenn du Interesse natürlich hast dann Kameram X dann verweise ich dich auf mein Einsteiger Video wo ich dir wirklich so die Basics Schritt für Schritt ganz einfach erklären zu Kameram X und der Videotitel ist eben wieder einfacher mit der App Kameram X tolle Smartphone Fotos machst und das kannst du dann auch über die Playlist und hier über die Beschreibung dann aufrufen ja aber jetzt zum goldenen Schnitt um den goldenen Schnitt nutzen zu können solltest du wieder in die Einstellungen bei Kameram X gehen um dir diese Gitternetzlinien einzublenden im letzten Video bin ich auf die Drittelregelung eingegangen verwenden wir auch diese Gitternetzlinien man sieht das hier hier oben habe ich das hier eingeblendet man geht in die Eigenschaften hinein dieses Menü hinein und klickt so lange dass man hier diese Linien so dargestellt bekommt und dann geht es darum dass man hier an den Schnittpunkten dann letztlich hier entsprechender Schwerpunkte setzen kann in dem Fall habe ich hier das wahnsinnig tolle Motiv genommen hier von dieser Stromtrasse hier von diesen Leitungen und damit könnte man dann Schwerpunkte in diesem Foto dann setzen schauen wir es mal ein Beispiel an hier habe ich mit dem goldenen Schnitt gearbeitet unter Drittel Regelung gleichzeitig quasi ich habe hierher vorne dann die unteren zwei Drittel dann mit dem Feld bestritten habe ich also diese unteren zwei Drittel genommen und oben dann an diesem Schnittpunkt da geht es um den goldenen Schnitt an den Schnittpunkt dieser Gitternetzlinien dieses Rasters habe ich mich dann so hingestellt habe das Foto dann so gemacht dass hier dann dann dieser Baum dann abgebildet ist das heißt beim goldenen Schnitt geht es darum dass man hier an diesen Schnittpunkten dann hier die Motive anordnet und der Hintergrund ist der dass anscheinend wir so als Menschen so von unserem Geschmack her so konstruiert sind dass wir auf bestimmte Proportionen großen Wert legen oder dann Dinge wenn sie nach Proportionen angeordnet sind dann spannend die Aufnahmen als spannend empfinden und da gibt es eben diese Technik des goldenen Schnitts und da ordnet man das dann anhand dieser vorgegebenen Proportionen dann an und dann ist es dann eine spannendere Anordnung wenn wir uns das dann beim nächsten Motiv dann anschauen vom goldenen Schnitt da habe ich dann in dem Fall hier drei Motive dann irgendwie in irgendeiner Form da hineingenommen diese Schnittpunkte hier auf der rechten Seite hier dieses kleine Stoffmännchen dann hier diese beiden Enkel oder einen dieser Enkel und dann hier dieses Kaminfeuer also man muss nicht immer drei oder vier dieser Kreuzungspunkte da mit Motiven dann irgendwie versehen aber natürlich wenn man das gezielt macht und sich überlegt da könnte ich da was anordnen dann ist man dementsprechend dann auch bei kommen zum Schluss dann letztlich dann auch wenn man sich auch mehr Gedanken macht dann auch über die Motive die man da fotografieren möchte macht man vielleicht dann etwas spannendere Fotos man kann natürlich dann auch worauf ich ein an einem Video schon hingewiesen habe auf dieses Motto Vordergrund macht bildgesund wenn ich in dem Vordergrund was hinein nehme ich habe euch in einem anderen Video schon gezeigt da habe ich mal ein Blatt in einem Bach fotografiert wenn man das noch vorne hinein nehmen und dann mit arbeitet ob ich den Vordergrund oder den Hintergrund scharf stelle dann werde ich dann sicherlich spannendere Fotos zustande bringen weil ich dadurch allein schon mal über meine Motive und wie ich sie anordnen Foto gut nachdenke ja so weit einmal die Info zum goldenen Schnitt und zum Schluss natürlich wieder eine Aufgabe um sich das zu festigen überlegte wieder welches Bildformat du verwendest 1 2 1 16 zu 9 4 zu 3 wie in anderen Videos schon besprochen 16 9 meistens im Querformat 4 zu 3 im Hochformat und bringt dann die Gitternetzlinien ein und versuche jetzt dann ein Bild zu machen Motive zu finden wo du zumindest zwei der vier Schnittpunkte dann im Sinne des goldenen Schnitts dann abfotografiert mache also ein Foto um dann gehe auf die Suche nach Motiven wo du das so anordnen kannst dass du schöne Fotos hinbekommst wo du dann zumindest zwei von diesen vier Schnittpunkten dieser Gitternetzlinien da etwas anordnen kannst ja danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns quasi wieder in meinem nächsten Video dann aus dieser Reihe fotografieren mit dem Smartphone auch dort aus dieser Reihe fotografieren mit dem Schaul